Wir öffnen auf beiden Seiten die Laschen, die Laschen ziehen. Ja Leute, wir haben hier heute einen brandneuen Spyder RS. Bei Porsche steht Spyder für Notverdeck, RS für Leichtbau. Deshalb haben wir hier ein komplett mechanisches Verdeck und dieses Verdeck polarisiert unglaublich. Wir haben viele Kommentare bekommen, wo die Leute es richtig gefeiert haben, aber auch viele Kommentare, wo die Leute es richtig gehadert haben. Dieses Fahrzeug hat einen Listenpreis von 210.000 Euro und mich würde interessieren, kann Porsche sowas bringen? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich zeige euch heute mal, wie ihr das Verdeck öffnet, denn so lange geht es eigentlich gar nicht, wenn man es ein, zwei Mal geübt hat. Erster Schritt, Fenster öffnen mit dem Schlüssel. Zweiter Schritt, auf beiden Seiten hier die Laschen ziehen, damit sich das Verdeck entspannt. Die Enden werden jetzt noch hier fixiert. Fertig. Im nächsten Schritt öffnen wir den Heckdeckel. Im nächsten Schritt entfernen wir die Heckscheibe. Dafür müssen wir hier die Heckscheibe ausklipsen. Diese müssen wieder auf beiden Seiten ausgeklipst werden. Die Heckscheibe wird jetzt mit den Knöpfen gelöst. Hierfür einfach die Knöpfe rausziehen. Jetzt können wir die Heckscheibe entfernen und in die dafür vorgesehene Tasche im Kofferraum verstauen. Jetzt lösen wir das Seil hier, welches dem Dach die Spannung gibt. Dazu lösen wir den Hebel, welcher die Spannung nimmt und anschließend haben wir das Seil schon lose. Die Spannung ist schon draußen, deshalb können wir hier jetzt das Seil auch entlösen. Jetzt wird es etwas knifflig. Wir ziehen hier hinten die Stange aus den Höckern heraus und falten das Dach hier so nach vorne. Das empfiehlt sich hier auch, wenn man zu zweit ist, ist es etwas einfacher, aber geht doch ganz gut. Wenn wir das Dach schön eingerollt haben, können wir jetzt hier unten mit dem Hebel das Dach von der Karosserie lösen und dann herausziehen. Jetzt können wir das Dach hinten ablegen. Hierbei müsst ihr unbedingt darauf achten, dass alle Teile hier unten verstaut werden. Gleich sind wir fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Heckklappe schließen, die Haken auf beiden Seiten einklipsen und dann sind wir auch schon fertig zum Losfahren. So schnell geht es. Wenn man es ein-, zweimal geübt hat, geht es eigentlich relativ schnell. Ihr seid auf der Suche nach einem Spyder RS. Dieses Fahrzeug steht bei uns jetzt zum Verkauf. Vielleicht möchtet ihr auch euren Spyder RS verkaufen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Wir fahren jetzt hier noch eine kleine Runde. Nein, wir sehen uns jetzt hier oben. Jetzt wollen wir auch gerne bei euch. Es sieht also, hier oben. Jetzt wird der Dach. Wir haben auch da, dieá obenlysint ist. Wir maiden21-73-10-70-80m-70mht? Wir haben hier oben das Dach. DENNIS bedeutet es euch das hier oben, hay dann beim Gehen. Barsignalanya.